Oh, hartes Rennen, harter Fight. Kommen sie alle um die erste Kurve? Ja. Die ersten Überholmanöver, die ersten überrundeten. Und er attackiert hart von außen. Das ist ein Zweikampf, das ist MotoGP. Und jetzt vorbei. Super, kommt der Kondor. Ende der Gegengraden beim Anbremsen. Ja, er setzt raus, guckt wo es geht. In der nächsten Runde wird er fällig sein. Oh, harter Drift. Auf die Stadt Ziel. Oh, Überholmanöver. Ich habe noch nie ein spannenderes Autorennen gesehen. Wo ist das Wende eigentlich? Dritter? Wo ist das Wende eigentlich? Dritter? Nee, der war da vorne? Nee. Da? Na eben, warum steht denn da vorne? Nicht Club Hühne gunnet. Ja, ja. Hm. Vielen Dank.